Moin Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Pokémon-News-Folge. Die Woche auch wieder Montag. Es gibt einige Sachen für Events wie Pokémon GO oder Pokémon UNITE, aber natürlich auch so Sachen wie ein Pokémon Home-Updates angekündigt. Kostenlose Pokémon, die diesen Monat verteilt werden. Wir haben aber auch noch andere Themen, wie beispielsweise Unterfirmen, die gegründet worden sind, was auf irgendwelche Spiele hindeutigt. Also wir haben auf jeden Fall einiges diese Woche in den News. Ich würde sagen, wir starten wie immer erstmal mit Pokémon GO, gehen das Ganze durch und gehen dann weiter bis zu den allgemeinen News, wie das Pokémon Home-Update. So, Holy feiert noch ein paar Tage seinen dreijährigen Geburtstag. Wenn ihr Bock habt, ein paar coole Aktionen abzustauben, dann auf jeden Fall mal reinschauen. Wir haben hier einen neuen Energy mit dabei. Wir haben die limitierten Collectors-Boxen. Einer schon ausverkauft, zwei gibt es noch. Die sind dann wirklich mit einer Stückzahl limitiert, wo ihr einen Code bekommt, einen coolen Shaker und eine limitierte Dose. Aber natürlich auch gibt es so Sachen wie ein Starter-Set. Also falls ihr noch nie Holy probiert habt und wollt euch mal durchtesten, gibt es hier eine Box für 40 Euro. Da habt ihr im Endeffekt Eistees, Energies und die Hydrations plus einen Shaker komplett in einer Box und könnt einmal im Endeffekt alles einmal durchprobieren. Habt dann so kleine Probetütchen und da könnt ihr einfach das Gefühl fast jede Sorte einmal durchtesten, wenn ihr Bock habt. Dann könnt ihr ja sehen, ob so ein Holy was für euch ist. Ist halt ein sehr guter Start, gerade wenn man halt mal reinschauen will. Und ihr bekommt alle diese Produkte generell bei jeder Holy-Bestellung, wenn ihr den Code SHARIO benutzt, immer 10% auf eure gesamte Bestellung. So, und dann geht's weiter im Video. Wir haben jetzt im Endeffekt noch bis Modag den 6. Also läuft jetzt noch ein paar Stunden, wenn das Video online geht, noch die aktuelle Suchaufgabe. Dann haben wir, was die Woche noch endet, ist die Rivals Week. Also das war im Endeffekt jetzt das Event, wo jetzt halt hier Sengo und Vipitis, also diese ganzen Regional-Pokémon, aufgetaucht sind. Also wenn ihr die mitnehmen wollt, gerade in Shiny, habt ihr jetzt hier noch die Chance. Im Endeffekt vom 4. bis zum 6. läuft das halt noch mit Sengo. Der ist jetzt, ja gut, ist jetzt wahrscheinlich heute rum, wenn ihr das Video schaut. Dann vom 6. bis zum 8. bekommt ihr die beiden Kampf. Und genau dann vom 8. bis zum 9. bekommt ihr dann hier Furnifras. Und auch die Armeise, der Arme fällt mir gerade nicht ein. In dem Fall haben wir die halt dann noch vom 8. bis zum 9. Also wenn ihr die mitnehmen wollt, auf jeden Fall, gerade auch in Shiny, dann solltet ihr die Tage auf jeden Fall einhalten. Genauso ist das Ganze halt auch für Raids. Läuft halt dementsprechend immer an den jeweiligen Tagen. Könnt ihr die halt auch in 3-Sterne-Rates antreffen. Wie gesagt, habt eine Shiny-Chance. Gerade für Regional-Formen sehr interessant. Ja, das läuft jetzt auf jeden Fall noch. Dann haben wir das Kanto-Event. Läuft noch 3 Tage. Das ist jetzt auch bald zu Ende. Wir haben die Ultra-League, endet alles auch in 4 Tagen. Also am 10. Genauso wie das Kanto-Event auch am 10. endet. Dann haben wir noch eine Woche lang jetzt den aktuellen Kapu da. Die ist bis zum 16. da. Also habt ihr noch ein paar Tage Zeit. Genauso wie ihr auch bis zum 16. noch Mega-Simsala mitnehmen könnt. Also auch da noch ein paar Tage Zeit. Dann haben wir noch ein bisschen länger laufen. Hier Shadow Suikun oder Krypto Suikun. Immer wie jeder ihn nennt. Der läuft noch bis zum 26. Dann haben wir jetzt aber letzte Woche schon besprochen. Läuft die Dianzi Global-Aufgabe. Das heißt im Endeffekt, wenn ihr das Game jetzt einloggt, dann bekommt ihr eine Feldforschung für Dianzi, die ihr abschließen könnt. Wenn ihr die dann gespielt habt. Ich meine, das dauert jetzt keine 5 Minuten und ihr müsst dafür ein bisschen was machen. Bekommt ihr am Ende halt ein kostenloses Dianzi. Was hier, wenn ihr bald auch kein Pokémon-Go-Spieler seid, euch auf Pokémon Home ziehen könnt und es zum Beispiel da schon mal habt. Weil man bekommt ja Dianzi nicht ganz so oft. Ja. Alle anderen Events laufen noch ein klein wenig länger. Dann haben wir jetzt am 7. Mai haben wir Kikli und Nocchan in der Spotlight-Stunde. Ab 18 Uhr für eine Stunde könnt ihr den jetzt vermehrt treffen. Und was ganz wichtig ist, ihr habt im Endeffekt Doppeltransfer-Candys. Das kann man auf jeden Fall ganz gut nutzen, wenn man einige Pokémon zu viel hat und wie die loswerden. Dann kann man jetzt auch noch ein bisschen Candys mitnehmen. Ja. Dann haben wir die Raid-Stunde vom Kapu am 8. ab 18 Uhr. Die Master League im Endeffekt startet dann halt am 10. und wir haben am 11. das Vlogs Together Research Day. Also auch da ein neues Event laufen. Hier gerade halt im Fokus sind die ganzen Vogel-Pokémon, die man so in den ganzen Generationen hat. Also eigentlich alle im größten Teil vertreten. Die spawnen halt dann mehr. Wir haben halt hier mit Shiny-Chancen das grüne Dodri. Dodri. Oh Gott. Dodu und Dodri. Habe ich es hier gehabt. Der hat ja gerade voll verwirrte Namen im Englischen. Dodrio heißt es ja im Englischen. Deswegen war ich gerade verwirrt. Ich finde ganz ehrlich, Noctu finde ich ein richtig schönes Shiny. Das gefällt mir sogar von denen hier am besten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welches von diesen Vogel-Pokémon hier ein Shiny am besten findet. Obwohl ich Walvos. Ah, nein. Ich würde mit Noctu gehen. Noctu finde ich am coolsten. Wie wenn habt ihr da halt eine Chance, die ganzen Vogel-Pokémon zu bekommen? Ja. Und dann im Endeffekt erst in einer Woche starten dann die nächsten Events, wie mit zum Beispiel dem nächsten Meister, weil den man bekommen kann. Abra, Spotlight, ETC, Regirock, Mega-Garados. Also da kommt auf jeden Fall was. Aber halt alles erst nächste Woche. Das gehen wir dann dementsprechend erst in der nächsten Folge durch. Pokémon Unite haben wir eigentlich gar nicht so viel. Da ist immer noch die aktuelle Season am Laufen. Also der Season Pass Nummer 23, der Battle Pass 23. Wir hatten hier jetzt neue Skins für Dodri. Hier haben wir wieder einen Dodri. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Wir hatten jetzt am Wochenende das Weekend mit der Münz, die man freistellen kann. Und wir haben die neue Club-Memberschaft, die man abschließen kann für 9,99 Euro im Monat. Da bekommt ihr hier einen Katapultra-Skin. Und halt im Endeffekt diese ganzen Bonis, diese Monat, wie zum Beispiel Libalow und Lamus als Leihlizenz. Also falls jemand das abschließt. Ja, Legios hatten wir jetzt schon letztes Tag. Also er ist ja jetzt der letzte Charakter, der aktuell reingekommen ist in Pokémon Unite. Zu kam zu dem Purpur kann man die Woche nicht so viel sagen. Aber eine Sache ist ganz wichtig. Es läuft noch das aktuelle Event. Das heißt im Endeffekt, wenn ihr noch euch Windewoge und auch Eisenblatt holen wollt, die sind jetzt noch im Endeffekt bis heute da. Der letzte Tag. Was ganz wichtig ist, neue Titan könnte morgen angekündigt werden. Weil die normalen Events sind ja immer Sonntag geendet. Und dann haben wir Montag das neue Event angekündigt bekommen. Dieses Event endet ja Montag. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass das neue Event dann Dienstag angekündigt wird. Das heißt, schaut auf jeden Fall mal am 7.5. hier auf dem Kanal vorbei. Wenn ein neuer Titan oder ein neues Event angekündigt worden ist, dann werde ich am 7.5. dazu ein Video hochladen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zu den Pokémon Allgemein News. Wir haben jetzt hier Pokémon Homeward angekündigt, heute Nacht, dass am 8. Mai eine kleine Wartung stattfinden wird von 0 bis 6 Uhr und dass im Endeffekt die Mobile-Version danach auch ein Update bekommt. Ich habe ja schon ganz viele Leute gelesen, die sagen, dass das Update mit einer Verbindung zu irgendeiner Ankündigung, zu irgendeinem Event stattfindet. Weil manchmal kam das ja, wenn dann ein Home-Update kam, dass danach neue Pokémon ins Game, in der Regel kamen, in dem Purpur verfügbar waren. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das im Zusammenhang mit irgendeinem Event oder so steht. Kann ich mir wie nicht ganz vorstellen, dass sie jetzt einfach so random am 8. Mai oder am 7. Mai dann eine Ankündigung für ein Event machen. Natürlich kann das passieren, falls natürlich jetzt spontan die Info kommt, es kommt ein Pokémon-Livestream oder irgendwas. Natürlich, Leute, wird es dazu ein Video geben, wenn da was kommen sollte. Und das Ganze werden wir uns auch dann live angucken. Aber ich glaube, dass es einfach allgemein einfach mal ein Update kommt. Ich meine, jetzt ist auch gerade die neue PvP-Season gestartet. Vielleicht gibt es auch da in der Verbindung irgendwas, dass da was geupdatet werden muss für Datenbank-mäßig. Also es kann auch in die Richtung gehen. Es muss jetzt nicht immer zwingend, nur weil ein Home-Update kommt, heißen, da kommt jetzt irgendwas. Also ich würde sagen, ich würde mich nicht ganz so krass drauf freuen. Pokémon Sleep hat auf jeden Fall wieder ein neues Event. Die haben generell auch sehr viele Events, jetzt gerade halt mit diesem Feuermonat. Jetzt haben wir hier, Beispiel Wulpix kommt jetzt mit ins Game rein. Wir haben ja auch noch das Entei reingekommen. Also auch da recht viele coole Sachen. Also ich weiß nicht, spielt ihr noch Pokémon Sleep? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann ist ganz wichtig, wir haben aktuell ein Flutter-Haar. Das könnt ihr euch noch bis zum 7. Mai abholen. Dafür müsst ihr diesen Code hier eingeben. Ganz wichtig, den Code. Und dann bekommt ihr das Flutter-Haar. Ich habe heute schon ein paar Mal gelesen, dass manche sagen, ja, ist aber doof. Ja, hier, boring zum Beispiel als Kommentar. Weil es ist ja auch nicht mal shiny, sondern es hat ja nur den Jubelball. Die Verteilung dieser Pokémon-Leute ist eigentlich dafür gedacht, dass das halt aus PvP-Turnieren sind. Das hier ist zum Beispiel vom Koreaner's Trainer Cup. Ja, und man bekommt halt hier das Flutter-Haar so, wie er es in dem Turnier gespielt hat. Nur halt im Jubelball. Aber der OG-Trainer-Name von der Person, die da gewonnen hat, man bekommt es mit dem Moveset, man bekommt die EVs-Verteilung. Es ist im Prinzip eigentlich ein battlefertiges Flutter-Haar, wie es halt bei einem Turnier gewonnen hat. Das ist halt im Endeffekt immer so der Sinn dieser Verteilung. Das ist nicht dafür da, um Leuten jetzt ein shiny Flutter-Haar zu geben, sondern einfach nur, um Leuten das PvP-Flutter-Haar zu geben, was halt ein Turnier gewonnen hat. Ja. Pokémon Masters haben wir ein paar Sachen mit Shiny Ho. Das kann auch ganz interessant sein. Für Leute, die vielleicht Pokémon Master spielen, sich ein Shiny Ho abzuholen. Da gibt es jetzt auf jeden Fall auch ein neues Event. Dann haben wir... Pokémon Masters? Hab wir da noch was? Ja, genau. Vielleicht für TCG-Spieler ganz interessant. Wir hatten hier nämlich am 7. Juni erscheint dann in Japan das neue Set mit Infamomo und halt auch den drei Freunden von ihm. Dann haben wir hier noch Entei, Pokémon Sleep. Kommt auch auf jeden Fall das Event. Und was ist das? Genau, Garados kommt halt diesen Monat zum Beispiel auch noch. Aber auch da ist es halt im Endeffekt von der Weltmeisterschaft hier von den Asia-Streamblades. Also es kommt aber halt im Endeffekt später diesen Monat. Also da kommt halt auch wieder etwas auf uns zu. Aber halt auch in dem Fall nur ein normales Garados, was halt PvP-ready ist. Und als letztes, was ich auch ein paar Mal die Woche gelesen habe, ist, und ich denke mal, da wird es halt langsam ein bisschen konkreter. Es wird halt im Endeffekt, wird halt bekannt gegeben, dass die Pokémon Company und Dena, ja, man kennt ja auch aus einigen Handy-Games, oder die machen größer als Handy-Games. Ich glaube, die machen auch nur Handy-Games. Auf jeden Fall ist ein neues Studio so gesehen entstanden mit dem Namen Pokémon Card D Studio und was den Fokus komplett im Endeffekt auf dieses Pokémon TCG Pocket, also dieses Handy-Game, was da rauskommt, wo wir halt Kartenspiele, das Kartenspiel spielen können, wo wir hier täglich einen Booster geschenkt bekommen, wo wir tauschen können, wo wir kämpfen können. Und ich sage jetzt mal, wenn es jetzt langsam in diese Richtung geht, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, es hieß ja auch, dass es dieses Jahr noch rauskommt, dass wir da vielleicht demnächst was von hören werden und wir da eine Ankündigung bekommen für ein Datum, weil das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, ein Handy-Game macht es mehr Sinn, im Sommer oder Herbst zu releasen, als ein Handy-Game im Dezember zu releasen. Das ist immer so ein bisschen, ja. So, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal und ciao.